mit dem ball am fuß richtung tolle flanke die chance per kopf viel versprechen erschießt er schraubt sich hoch das ist der ball im tor sie haben die führung jetzt vielleicht der ball ist drin gute ball führung und das will jetzt alleine machen eto jetzt sind sie dran noch ein tor dann haben sie den ausgleich ja ja